Strategien, Geschäftsmodelle, Prozesse, Wertschöpfungsketten und Systeme werden heute in Unternehmen konstant angepasst, optimiert und digitalisiert. Zugang zu Daten, Applikationen, Services und Schnittstellen ist dafür zentral. Davon betroffen ist auch Bucher M. Hart Glas, ein weltweit führender Anbieter von Anlagen zur Herstellung und Prüfung von Glasbehältern. Die Glasverarbeitung bringt höchste Ansprüche hinsichtlich Service- und Ersatzteillogistik mit sich. In diesem Bereich spielen Schnittstellen intern, aber auch zu Kunden und Partnern eine zentrale Rolle. Für Bucher M. Hart Glas sind Sicherheit, Transparenz und Flexibilität an technischen Schnittstellen von strategischer Bedeutung. Deshalb nutzt das Unternehmen eine zentrale Integrationsplattform von IBM zur Abwicklung aller kritischen Datenflüsse. Die zentrale Integrationsplattform übernimmt dabei Konnektivität, inhaltliche und strukturelle Transformation sowie Überwachung aller Datenflüsse. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Bucher M. Hart Glas davon profitiert. Beispiel 1. Bucher M. Hart Glas hat die Lagerhaltung und Logistik der Ersatzteile an einen weltweit tätigen externen Konzern ausgelagert. Prozesse, die in-house bearbeitet wurden, laufen damit neu über die Unternehmensgrenzen hinaus. Bucher M. Hart Glas möchte, dass die internen und externen Verbindungen möglichst unabhängig aufgebaut werden, da technische und organisatorische Änderungen in Zukunft denkbar sind. IBM Integration Bus übernimmt darum die gesamte Kommunikation intern und zum Logistikpartner. Beispiel 2. Ausgewählte Kunden von Bucher M. Hart Glas können auf Wunsch Ersatzteile selber direkt aus ihren ERP-Systemen bestellen. Die Kunden leben eigene Prozesse, nutzen dabei verschiedene Systeme und setzen auf unterschiedliche Standards. Der Datenfluss wird komplett über die Integrationsplattform abgewickelt, welche die Verbindung zu den Kunden herstellt, ihre individuellen Formate und Prozesse unterstützt und den Datenfluss überwacht. Beispiel 3. Ersatzteile sollten auch in einem Kundenportal abgerufen und bestellt werden können. Da das bestehende ERP-System bald end-of-life ist, soll die ERP-Anbindung des Kundenportals möglichst lose gekoppelt werden. Die Integrationsplattform wird hier genutzt, um Daten zwischen dem Shop und ERP auszutauschen. Die Anbindung von externen Logistikpartnern, die Direktanbindung von Kunden und die Integration eines Kundenportals werden über die flexible Datendrehscheibe IBM Integration Bus abgewickelt. Starre Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen gehören damit der Vergangenheit an. Bucher M. Hart Glas setzt auf bewährte IBM-Technologie und den lokalen Business-Partner Clavis IT. Das Appenzeller Software-Haus ist spezialisiert auf die Umsetzung von komplexen Integrationsvorhaben. Wir bieten dafür alles aus einer Hand. Beratung, Umsetzung und Betrieb. Clavis IT – Ihr Softwarepartner für die digitale Transformation. Beratung, Umsetzung und Betrieb.